Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Ich habe noch nie einen Befehl des Führers zu niedergehandelt. Nie! Niemals! Was hätten wir für möglich gehalten? Die Weltmacht lag zum Greifeln nahe. Die Weltmacht Könnte ich darüber noch keine Träne weinen? So spät. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht. Ja, 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 ja. gegen mich! Kapitulieren! Niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulation zu setzen. Dieser Versager, dieser Schmarratz! Ein paar Vanille Falkenzen! Wieso behaupten Sie ein anderes Fenster unwahrscheinlich? Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Das in der Vorlage ist ein Hirngespitz. Ein ganz sogar verrückter Plan. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden! Der Schuss in meinem Arbeitshaus. Ich kann mich noch nicht an der Schüssel so umbinden, wenn ich das alleine bespreche. Du hast mich nicht nach unten betonalen, wie es mir beschäftigt? Was ist geklärt? Und ein ewiger Ruhr. Um sich zu autorisieren, behauptet ihr, ich wäre krank? Ja, vielleicht schon da! Was soll das heißen? Sie können Fägeleifen. Wir suchen sie! Ich will fängeln sie dort! Und noch habe ich allein, allein aus Mr. Stelt, den Zerrapper erobert. Was macht an eurer Person? Ich will, dass Göring sofort entwachtet wird. Und alle im Jack aufgeben. Sie sind die tapfersten Mutter überall. Das ist der Schlimmste Verlade! Das ist der Schlimmste Verlade! Das ist der Schlimmste Verlade! Sie sind der Schlimmste Verlade! Vielen Dank.